In den entscheidenden Monaten des Jahres 1947, 1948 waren Sie an der SED-Parteihochschule in Klein-Machno. Wie haben Sie von der Währungsreform in Westdeutschland erfahren? Durch die allgemeinen Medien. Es wurde ja auch sogar damals durch den Ostdeutschen Rundfunk bekannt gegeben. Wir sahen das sofort als jetzt ist eine definitive Spaltung durch den Westen herbeigeführt. Und man muss Gegenmaßnahmen schaffen. Es wurde ja dann wenige Stunden danach, kam ja der Befehl der sowjetischen Militäradministration, dieses Geld darf nicht in der Sowjetzone verbreitet werden und auch nicht in ganz Berlin. Und dann haben wir, wir lebten ja nicht im Westen und kamen sehr selten nach West-Berlin, denn seit Frühjahr 1948 fuhren wir von der SED-Parteihochschule in Klein-Machno zu unseren Wohnungen in Pankow nicht mehr durch die Westsektoren. Das war uns verboten. Sodass wir einen riesen Umweg bis zum Mögelsee und Friedrichsfelde, bis wir dann nach Pankow kamen. Ich habe es also, den dieser bedeutenden Tag in West-Berlin gar nicht erlebt. Aber unmittelbar darauf lief ja sofort die Gegenaktion an. Und die SED-Mitglieder wurden ja alle nachts in die Banken und Sparkassen beordert. Und dort lagen schon fertig gedruckte Coupons vor, die man auf die alten Reichsbanknoten mit tausenden von Menschen, Aktivisten, die da mitmachten, kleben musste. Waren Sie in dieser Zeit, Sie konnten ja auch nach West-Berlin reisen, denke ich mir. Waren Sie mal in West-Berlin in dieser Zeit, in diesen Tagen, haben Sie das erlebt, den Kaufrausch oder auch das neue Geld gesehen, haben Sie das? Ich konnte, da ich in der SED-Parteihochschule war, waren wir ja von Montag bis Samstag mittags immer fest dort. Aber ich habe mir zur Regel gemacht, das Wochenende in West-Berlin zu verbringen. Und anfangs gab es, war ja ein Umtag sogar noch zwei Ost gegen einen West, aber das gehörte sehr schnell auf. Und ich war schon gewöhnt, ich nahm meine Ostmark, das heißt die, die beklebt worden war, fuhr zum Bahnhof Zoo und bekam dann vier zu eins umgetauscht. Für Ostmark gegen eine Westmark. Ich hatte sie also in der Hand, auch das B war mir nicht unbekannt, die waren ja mit einem B. Und dann ging ich durch West-Berlin und da fiel mir natürlich das unglaubliche Warenangebot auf, das einen geradezu erschlagen hat. Aber mich interessierte das weniger. Ich ging in den Kaffee, trank Kaffee, las die Zeitungen nochmal schön, die West-Berliner Zeitungen, West-Deutsche Zeitungen und sah mir Filme an, die in der Sowjetzone und Ost-Berlin verboten waren. Ter masculin, mein Arzt, das ist so, wie Manfred, st Bra schief auf Julien. ts 87 8